Was glaubst du, welchen Einfluss die Entscheidung der SEC hinsichtlich Ripple auf den gesamten Kryptomarkt haben könnte? Und wo liegt das Problem, wenn die meisten Währungen als Wertpapier behandelt werden? Danke für deinen regelmäßigen Content. Wichtige Frage, was passiert, wenn Ripple den Fall gegen die SEC verliert bzw. was passiert, wenn es überhaupt eine Entscheidung gibt? Die SEC, die ja gerade gegen Ripple klagt bzw. in einem Gerichtsverfahren ist, die Entscheidung, die hier gefällt wird, ist wichtig für den Kryptomarkt. Warum? Es könnte eine Art Präzedenzfall entstehen. Sollte nämlich XRP als Wertpapier eingestuft werden, dann wird das auch noch viele weitere Assets treffen. Und Gary Gensler selbst, der Chef der SEC, hat ja gesagt, letztens noch, alles außer Bitcoin ist für ihn eigentlich ein Wertpapier. Jetzt ist er nicht der Einzige, der das zu entscheiden hat und es gibt viele Prozesse, die er erstmal hinleiten müssen. Aber was würde passieren, wenn alle Kryptoassets als Wertpapiere eingestuft würden? Dann dürfte kein US-amerikanische Kryptobörse mehr die entsprechenden Coins listen. Denn dafür bräuchten sie gewisse Lizenzen, die die Wertpapieraufsichtsbehörde, nämlich die SEC, vorschreibt. Und das ist extrem teuer. Man hätte quasi schon eine Art Bankenlizenz und das alles ist so teuer, dass wahrscheinlich viele Kryptobörsen einfach sagen würden, nee, dann sprechen wir halt eben keine US-Kunden mehr an. Die verlassen vielleicht Amerika auch als Standort, gehen dann woanders hin und machen dann ihr Geschäft mit allen anderen, nur nicht US-amerikanischen Bürgern. Und das ist ganz wichtig. Die SEC kann nur über das entscheiden, was in den USA passiert. Oder mit US-amerikanischen Bürgern oder eben irgendwelchen Verbindungen. Jetzt ist aber leider auch eben so, dass die SEC bzw. USA auch irgendwo ein Meinungsmacher ist. Man hat also ein bisschen auch die Sorge, was passiert denn, wenn die das wirklich so sagen, würde man dann in Europa und in anderen Ländern auch dieser Meinung hinterherlaufen? Bin ich ehrlich gesagt skeptisch, wenn wir uns angucken, dass wir mit Mika in Europa eigentlich schon viel weiteren Vorschuss haben in Bezug auf Kryptoregulierung und viel mehr Klarheit als eigentlich in den USA. Ich persönlich halte das, was gerade von der SEC kommt, als Aktionismus. Reaktionen darauf, dass man eben die ganze Geschichte rund um eine regulierte Börse wie FTX komplett verschissen hat. Dann noch die Verbindung von Gary Gensler vielleicht zu Sam Bankman-Fried, dem Ex-CEO von FTX. Man versucht vielleicht hier einfach laut zu sein, um das alles nicht mehr zu sehen oder zu übersehen. Und ich finde es problematisch, denn das wird den Standort USA in Sachen Krypto schaden. Es wird sich noch zeigen, was da passiert. Ich denke, deswegen ist der Fall auch Ripple vs. SEC etwas so träges, so langes, weil die Konsequenzen dann doch für den Markt vielleicht etwas härter werden können. Bedeutet letztendlich aber auch nur eine Auslese. Es würde viel Liquidität definitiv verschwinden. Der US-amerikanische Raum ist ein sehr wichtiger Handelsstandort. Ich bin skeptisch, dass das genauso kommen wird. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem passieren, dass eben die SEC sagt, XRP ist ein Wertpapier. Würde mich an der Stelle dann auch nicht wundern.